Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Warum hast du das Licht angemacht? Ich will schlafen. Arschloch. So. Mach das Licht wieder ran. Nein. Was steht da? Ich habe jetzt Lust auf eine Kohle. So, wenn du das Licht anmacht, dann krall ich den mir jetzt. Und? Habe ich nicht gesagt, das Licht bleibt aus? Hä? Idiot. Hier, leg dich hier schlafen. Okay. Licht bleibt aus. Arschloch. Wut. Okay, wo gehst du denn hier lang? Und? Wie können wir hier die Schrift zeigen? Das kann ich gar nicht schweil lese. Oh, das ist hier die schwierigste Stelle im Level, würde ich sagen. Fuck, da ist jemand. Kann ich mir in den nicht versuchen, den mal zu krallen. Und? Aha. Gut, safe. ich glaube hier ist der richtige schlafplatz für dich wir brauchen jetzt den typen für den retina scanner das problem ist sie sind überall wachen die sollten wir vielleicht zuerst ausschalten niemand es ist nur eure fantasie der ist richtig schnell lauf doch nicht so schnell du machst mir angst nein 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 dreh dich um dreh dich um dreh dich um dreh dich um nein nicht da das ist der falsche weg nein nein nicht wieder umdrehen gott du laufst hier im kreis mensch was machst du lass mich sei genau geht zu deinem kollegen der freut sich wenn du mal bei ihm bist ne ja genau wo ist denn sein kollege eigentlich da hinten so der blickt sich glaube ich nehmen immer mal ab und zu um oder hab dich so sagt deinem kollegen als soll sich nicht umdrehen ja gut okay jetzt müssen wir den richtig gut verstecken weil die laufen hier überall rum ich glaube ich habe einen ort wo ich den verstecken kann und zwar hier bei der säule da wo dieses licht blinkt ist der ideale ort für ein versteck den wer sollte ich hier schon suchen so hier ich glaube magst du hier schlafen ja okay gute nacht gut ich glaube jetzt haben wir auch diesen ein einzelmännchen ich glaube den schalte ich jetzt aus natürlich könnten wir sofort einen computer aber das würde uns die arbeit erschweren selbst weil ja weil dann noch ein paar leute dazukommen und einen wie wir uns krallen müssen so ab durch so dann laufen wir mit mir laufen wir mit mir bis dorthin und dann zeig dir wo sich dein kollege schlafen gelegt hat da kannst du dich gleich zu ihm gesellen ich will aber nicht mit diesem kollegen schlafen der ist nämlich schwul ja das ist ein brech so gute nacht okay gut jetzt haben wir alle hier ausgeschaltet das können wir ganz sicher eine computer natürlich könnte ich noch alle licht ausschalten aber ich glaube diese lichter lassen sie nicht ausschalten die sind gepanzert die könnte ich ausschalten nicht aber ich glaube die das würde gar nichts bringen safe und los geht's da kommt ein oberst fischer schnapp ihn dir er muss bei bewusst sein damit er den retina scanner für die tür zum hof bedienen kann woher weißt du das alles es ist mein job alles zu wissen wo ist er wo kommt was will er hallo wo ist er hallo hallo nach 100 wo ist denn hallo hallo da ist er oben ich probier's mal rennen, 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 rennen verdammt, hoffentlich entdeckt er nicht die Leicht, die wir da hingesetzt haben und es fängt wieder zum Legen an, genau bei diesem Moment, wo es entscheidend ist oh, der hat ne MG oder ne Maschinenpistole, was else hab dich gut, safe ich baue jetzt dein Ding für den Retina Scanner, ne danach kannst du dich schlafen legen und du wirst sogar bezahlt, ne ist doch ein gutes Angebot, oder also ich glaube ich mach mal einen save, so einen richtigen save wieder level 2, das nervt mich ein bisschen, dass man hier immer das eintippen muss wenn man einen Spielstand beschreiben möchte so, ok und jetzt zeigst du mir mal dein Auge, ne ich möchte ein Foto von deinen Augen haben ok gut, beim ersten Versuch haben wir es geschafft mehr oder weniger ich kann mich nur erinnern, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, da habe ich ewig gebraucht weil ich keine Taktik hatte, aber jetzt geht's eigentlich ich kann mich nur noch im letzten Part erinnern, ich dachte wir fählen hier jetzt noch mehr als im letzten Part, aber das geht ja jetzt eigentlich, ne das war einer zu viel, Mission ist beendet wo war denn deine Kamera wo ist die Kamera, wo ist diese Schwanzkamera, die man in Gesicht sehen will, diese Spanner, die hat bestimmt einen Spanner installiert wenn man den so einen Partner anschaut, dann weiß man warum so, tschüss, Spannerkamera natürlich hätte ich auch das Licht ausschalten können, aber es ist mir besser, wenn wenn die Kamera aus ist, so und jetzt sind wir im Hof, haben wir schon das deaktiviert ich schau mal ja alles Klärchen oh ja du bist also nur Werkzeug? du bist dein Werkzeug ich bin die Hochtechnologie, der reine Machmann Blut klebt an deinen und Nicolazes Händen, meine sind sauber und es ist ist was? sauber Aserbaizan? klar, Alter die Operation ist Gottverdammt absolut sauber bis auf die Dateien, die Nicolazes aus seinem Rechner hat du musst mit ihm endlich darüber reden klingt, dass hätten wir die Implantate gefunden ich bekomme ein schlechtes Gefühl, wenn die bösen Jungs blutige Witze reißen ich werde dieses Gespräch direkt an die Führung weiterleiten wir werden noch mehr brauchen Nicolazes Computer erraten geh in sein Büro und aktivier den Computer der Alarm braucht dich nicht mehr zu stören wir agieren jetzt im Rahmen der Fifth Freedom ja, jetzt darf man entdeckt werden hä, warum flackt das denn jetzt so? naja oh ne, wo kommt ihr denn jetzt her? lasst mich hier ist kein CSI Agent namens Sam Fisher nein, nein es ist nur eure Fantasie nehm ich überhaupt noch auf? Moment ja, ich nehm noch auf ich hab grad die Frap-Einzeige nicht mehr gesehen ich glaub ich werd ein paar zweiteilig machen müssen das heißt, ähm, ja in zwei Aufnahme-Sessions weil, ähm, ja ich hab nur einen begrenzten Speicherplatz frei und das Level ist sehr lange hab dich nein, nein, nein dein Kollege ist nicht in meiner Gefangenschaft nein, nein, nein safe ich sollte aufhören, immer safe zu sagen wenn ich speichere safe gar durch Zwang sag ich das jetzt ich glaub wir müssen gleich irre ausschauen ich lass ihn mal in Ruhe verdammt diese Licht ist sehr nervig ich glaub ich schalte dich besser aus zack ok bitte rein das ist nicht gut Dietrich öffne schnell ach verdammt abbrechen, abbrechen wie kann ich das jetzt abbrechen? oh oh wenn der Turnskill kommen wäre dann hätte man boah der hätte man verloren weil das dann nichts das Dietrich abbrechen äh, kann beherrscht da muss es nicht nur ein Skill damit es nicht abbrechen kann damit er abbrechen kann ne, wisst schon wo geht es denn jetzt lang? ein Medikid setzen wir es gleich ein oh Gott ich kann gar nicht mehr gescheit reden warum eigentlich? hm, also hier war anscheinend nur ein Medikid mehr ist nicht wo geht es denn da jetzt lang? die georgische Flagge so, verdammt hier ist noch ein Licht wir verschwenden hier zu viel Munition ja, ja, komm ihr habt einen eine Spur gewittert wie ein Hund ihr seid alle Hunde hat nichts Besseres drauf so, und jetzt schnapp ihn dir, schnapp ihn dir oder so geht es auch kommt er ja, schießt da rein im Hof ist geil achso, der schießt da auf die Leiche der knallt seinen Kollegen ab na gut knallt seinen Kollegen ab mir soll es recht sein safe ich glaube, während der abgelehnt ist schleite ich mich von hinten an ihm ran ah, es geht da hin ok na, hast du deinen Kollegen entdeckt? ich glaube, ich knall jetzt auf den und und tschüss ich stecke in Schwierigkeiten und tschüss so, perfekt nehmen wir mal seine Tasche und ich save wieder gut, wo geht es denn jetzt lang hier scheint es lang zu gehen oder, nee, da kommen wir her oder, keine Ahnung hm hm, 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 hm da geht es hoch oder, geht es hoch ja, perfekt ich habe deshalb noch gute in Erinnerung ich dachte, ich finde hier gar nicht mehr weiter weil ich die Orte vergessen habe wie es weiter geht ähm, ähm, nein nach rechts nach rechts nach rechts was machst du ja, jetzt nach oben gut tra, was Sam und runter sehr schön ich glaube, ich beendet es hier auch diese Aufnahme ist gleich mal sehen wir uns gleich wieder bis gleich nein, hier ist niemand das gibt es doch nicht ich habe es neu gelaufen und dann stehen plötzlich die zwei Typsies vor mir unglaublich so was na toll ich kann mich doch nicht einfach so erschrecken sonst kriegen wir noch einen Herzanfall ich bin 90 Jahre alt äh ich verstehe mich hier leck mich, leck mich, sterb einfach und lass mich in Ruhe ich muss meinen Job erlegen die haben Nerven aber ich lasse es trotzdem weil ich habe zu viel Damage bekommen das ist schon schwierig ah, ok hier passt es eigentlich und dann habe ich genug Zeit mich dann so zu verstecken perfekt na komm schon, Sam häng dich rein wortwörtlich ok die Sequenz kam glaube ich nicht wo wir das erste Mal hier waren oh Gott oh Gott wo ist mich verstecken hier vielleicht Aufzug hat keinen Strom nein ok runter niemand deine Mutter ist hier und sie sagt verpiss dich ich habe hier eine Sorte komm her schau dir deinen Kollegen an guck tja dieses Glas ist Panzersicher zum Glück auch zu knattern hallo Du schießt noch ein paar mal, dann knall ich dich ab. Tja, du wolltest das nicht anders. So, was habt ihr verdient? Selber Schulz. Schalte benutzen. Ich glaube ich noch mal Just-Up-Fund-In-Körner. Nein, den lasse ich dabei. Den lasse ich unten, weil... Weil... Wir haben ja eine Freedom-Situation, ne? Können wir eigentlich machen, was wir wollen? Nee, komm, wir machen's gescheit. Fehlt nur ein Hacken-Sie-Nicolatzes-Computer. Okay, save. Hallo? Ist anyone hier? Hallo? Hallo? Mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Na, wie geht's dir? Ich lasse dich nicht die Tür aufmachen. Ich glaube ich muss es. Weil es ist von Schloss und wir wissen den Code nicht. Ja, es hat uns zwar Damage bekommen, aber... Das ist mir wert. Die Tür zu öffnen ist ziemlich schwierig. Und ich weiß den Code nicht. Und ich verweist mich, der auch nicht so sein könnte. Kletter hoch, die Leute kommen! Meldet einen Toten. Eine von unseren Leuten wurde angegriffen. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den... Äh... Ja... Leck mich. Leck mich, Spiel! Was für ein Alarmstuch haben wir jetzt eigentlich? Ich meine, wir wurden gesehen und es wurde eine Leiche gefunden. Also zwei, ne? Das war ein Scheiß. Das kannst du doch keiner sehen. Er muss doch in der Nähe sein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hey, hey, hey! Das reicht! Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab! Mensch! Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht! Das ist reine Zeitverschwendung! Setze Patrouille voll! Ich weiß nicht, ob ich stationen soll oder nicht. Oh, hey. Jetzt kann jederzeit noch was vorkommen. Ich hasse das Spiel. Sicherheitssysteme zeigen Faltaktivität! Halt die Klappe! Das zählt dich als Alarmstuch. Ich wurde schon mal von der gesehen. So. Ah da kommen wir nur zurück. Okay. Wo geht es eigentlich hier lang. Geht hier überhaupt irgendwo lang! Hallo?! Hallo?! Aaaaaaah... Leck mich... Derista! Kommen Sie heraus! Ja, wenn er die Tür öffnet, kriegt er es voll auf die Fresse. Ich werde zu uns, Mann! Aaaaaah... Ah, wir sollten eigentlich mal das Mediket verwenden, das wir gefunden haben. So... Ich glaube, ich save es einfach mal. Kann sein, dass ich... mir dann später in den Arsch schießen möchte, aber naja... Wie kommen da rein? Hallo? Hier gehst du gar nicht rein. Wo gehst du dann weiter? Hier gehts weiter! Oh Gott! Ist jemand da? Hier gehst du einfach mal... eine Kamera oder so? Ne, gut. Aber nach Nicolaz's Computer sieht es nicht aus. Ne, nehmen wir mal die Speichersticks, die wir uns irgendwie ansehen werden. So, und jetzt ist es hier lang? Hä? Moment... Kommen wir doch her, oder? Ich verstehe jetzt langsam gar nichts mehr. Oder müssen wir nach oben? Weil wir können ja hier nach oben... Ich schaue mal nach, wo es lang geht, wenn wir hier nach oben gehen. Aha! Da kommen sich abseilen. Na gut, dann... Achso, kommen wir in dieses... Oh Gott! Save! Da ist Nicolaz's Computer! Und tschüss! Es wird geschossen! Ah! Alter Sam! Ich bin... Sam, was machst du? Ah! Wachsam bleiben! Bestimmt hier noch mehr hier! Sam, du bist so schlecht! Du bist das schlechteste Serialagent, den ich jemals gesehen habe. Weil wir ihn hauptsächlich spielen. So, wir können jetzt das Glas durchbrechen, ohne dass der uns abknallt. Und die Alarmstufe erhöht. Ich probiere es mal von hier. Ah! So, ich verstecke jetzt schon mal die Leiche, weil... Erst dann gleich wird hier ein paar Leute kommen. Und wenn sie die Leiche finden, dann... War es das mit unserem Einsatz? Hm, ich könnte es ja aus dem Fenster runterschmeißen. Ich glaube, das mache ich. Dann sind wir sie endgültig los. So, tschüss Leiche. Hallo? Das widerspricht allen Regeln der Schwerkraft. Sam? Was macht? Nein! Boah! Naja, im Moment ist jetzt die Leiche weg. Lol. Dieses Level ist lustig. Ich glaube, ich knipse noch alle Lichter aus. So, jetzt können wir sicher gehen, dass die uns nicht sehen. Wir können uns sogar jetzt ausgleichen. Oh verdammt! Was empfangt ihr? Schlechte Nachrichten. Übertrage weiter. Mal sehen, was sonst noch kommt. Was ist los? Leichen. Flüchtlingslager. Sorry. Wir hatten schon seit Wochen Kommandos in Aserbaidschan. Wie konnten wir die nur übersehen? Sende weiter. Alarm! Alle Mann auf ihre Posten! Eindringling in Nicolazes Büro! Aufwachen ihr, Schweine! Eindringling in Aserbaidschan. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich verstecke. Grinko! Ich habe drei Mann, die kurz davor sind, in die Nicolazes Büro einzudringen! So verstecke ich mich! Oh Gott! Oh Gott! Geht weg! Geht weg! Nice! Puh! Gut, dass sie sich verpissen. Fischer, wir brauchen den Rest der Dateien von Nicolazes Computer. Das Zeug geht direkt an den Präsidenten. Es könnte zu einem Militärschlag kommen und wir brauchen wasserdichte Informationen. Das war's. Gott sei Dank. Was geht da vor sich? Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber Nicolazes schlachtet sich systematisch durch ganz Aserbaidschan. Und wir haben nichts davon gewusst? Niemand wusste es. Was hat er vor? Du kannst dir die Nachrichten später ansehen. Triff Wikes und lass dich da rausholen. Oh Gott sei Dank. Also ab der Stelle habe ich Splinter Sand nicht so oft gespielt. Ab daher ist es eher blind als gekonnt. Eher blind als gekonnt? Ja, kann man so sagen. Was ist da? Was ist da? Oh nein 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 nein. Wo? Wer du bist? Egal. Rennen, renn, renn. Sam, 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 renn. Da sind die Leute, die an dich. Hu. Safe. No. Ja, ja. Wie gehts? Eine Leiche. Es ist einer von unseren Jungs. Nicolazes Belo ist Glober. Wir wägen uns in Richtung der hinteren Gangway. Wir haben unsere Belohm durch. Immer noch viele. Oh Gott! Äh, was? Frei? Oh! Toi! Ausgeschaltete Einheit! Er ist dort! Ja, ich weiß! Ah, ich hab viele Erleichterungen gebracht auf diese Map! Lass los, Sam! Gut! Ah! Mensch, die Suchumate! Warum? Weshalb? Boah! Mein Herz! Das Spiel ist zu heftig für mein Herz! Da ist jemand! Seht ihr ihn? Da! Oben links! Boah! Nein! Lass doch nicht nach, Sam! Boah! Boah! Safe! Müssen wir jetzt da runterjumpen oder was? Das ist aber Selbstmord! Macht Meldung! Warum wurde der Eisringling nicht gefasst? So vielleicht? Ah! Den kurz vor der Treppe! Aber das schafft doch kein Mensch in real life, oder? Habt ihr schon mal sowas geschafft? Boah! Der wird seine Finger aber sehr kräftig trainiert haben! Oh! Oh! Da sind welche! Safe! Ah! Wir sind wieder in der Tiefgarage! Wir sind wieder in der Tiefgarage! Okay! Bist du eine von uns? Ja, ne? Was um Himmels Willen hast du da gefunden, Mann? Lembert flippt völlig aus! Was sagt er denn? Dass wir in den Krieg ziehen! Ja! Ja! Geschafft! Boah! Das Level war aber lang! Hierarchisches Verzeihungsministerium Tiflis Georgian, 17. Oktober 2004, 0.51 Uhr. Dateien von Präsident Nikolaus das Computer zeigen, dass diese eine Rass-Terror-Kampagne gegen Aserbaidschan führte. Während die Einsätze mit den Mitteln gezielter Desinformation verschleiert wurden, haben georgische Spezialeinhalten das an ölreiche Nachbarland fast völlig unterworfen. Diese Informationen ermöglichten eine NATO-Intervention in Kaukasus. Und damit bis zum nächsten Part, Leute! Ciao!